Ja, herzlich willkommen zu einem Mathe-Kolleg, heute zum Thema die Oberfläche eines Zylinders. Die Oberfläche eines Zylinders ist ja sozusagen die Oberfläche von einem dreidimensionalen Körper und dieser Körper zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Kreisfläche als Grundfläche hat und dann sozusagen nach oben eine senkrechte Höhe hat, so dass sich dann so ein kreisrunder Zylinder ergibt. Und wie sich jetzt das genaue ausschaut, das zeigen wir jetzt im folgenden Video mal ganz kurz. Ich sehe also hier so einen Zylinder, diesen Zylinder kann ich drehen und jetzt kann ich hier oben den Deckel abnehmen, das ist die Grundfläche, gesehenen Kreis und jetzt kann ich diesen Zylinder sozusagen an der Seite aufschneiden und kann jetzt diese Fläche, die jetzt die Seitenfläche von dem Zylinder ist, ausrollen und ich sehe, diese ausgerollte Fläche ist jetzt praktisch nichts anderes als ein Rechteck. Und wenn ich mir jetzt dieses Rechteck anschaue, dann hat jetzt das eine Länge und eine Breite. Und jetzt ist die Frage, wie Länge und Breite, ich justiere jetzt hier nur gerade die Kamera, dass man es besser sieht, so jetzt sieht man es komplett, jetzt sieht man das ganze Rechteck und jetzt als nächstes muss ich Länge und Breite dieses Rechtecks mit den Größen des Zylinders in Zusammenhang bringen. Jetzt sehen wir hier die Grundfläche, die Grundfläche ist hier ein Kreis und jetzt kann ich hier dieses Klebeband, das ich hier um die ganze Grundfläche gewickelt habe, abnehmen. So, dann hat dieses ausgerollte Klebeband eine Länge und jetzt kann ich diese Länge auf das Rechteck kleben und zwar klebe ich das auf die Länge des Rechteckes und dann sehe ich, dass die Länge von dem Rechteck genauso groß ist, wie der Umfang des Kreises von der Grundfläche. Das heißt, die Länge, die ich hier einzeichne, das ist die Länge des Kreisumfangs. Man kann jetzt hier hin schreiben, Kreisumfang. Ich schreibe das mit einem anderen Schiff jetzt nochmal kurz nach, damit man das besser lesen kann. So, jetzt weiß ich schon mal eine Seite, nämlich die Länge von meinem Rechteck, die entspricht jetzt dem Kreisumfang. So, das geht jetzt und das Ganze ist jetzt sozusagen die Rechtecksfläche und jetzt kann ich sozusagen nochmal diesen Zylinder hinhalten, den abgewinkelt. Dann sehe ich, dass die Breite von dem Dreieck genau die Höhe von dem Zylinder ist. Deswegen kann ich das hier einzeichnen, von hier bis hier unten. Das wäre sozusagen die Höhe von dem Zylinder. Und diese Rechtecksfläche, die kriegt noch einen Namen. Diese Rechtecksfläche bezeichnet man als Mantelfläche von diesem Zylinder. Und jetzt kann ich noch zu diesem, zu diesem Rechteck gehört jetzt noch eben die Deckfläche. Das ist dieser Deckel. Und wenn ich den jetzt abzeichne, dann stelle ich fest, dieser Deckel ist ein Kreis. Das ist die Grundfläche. Und wenn ich jetzt den Zylinder umdrehe, dann sehe ich, dass ich da nochmal eine zweite gleichgroße Fläche habe. Das ist die Bodenfläche und das ist praktisch auch eine Kreisfläche. So, und dann können wir jetzt das Ganze zusammenfassen. Sehen wir hier in dieser schematischen Darstellung nochmal. Wir haben also als Deckfläche und als Grundfläche jeweils den gleichen Kreis. Und wir haben als Mantelfläche, wenn ich eben die Seitenfläche dieses Zylinders ausrolle, dann bekomme ich ein Rechteck. Und man sieht schon, die Länge des Rechtecks ist der Kreisumfang. Deswegen ist der mit Rot gezeichnet, genauso wie der Umfang des Kreises. Und die Breite des Rechtecks ist jetzt die Höhe von diesem Zylinder. Und diese Darstellung, die jetzt hier da so gezeichnet ist, die nennt sich jetzt Netz des Zylinders. So, und jetzt sehen wir schon, aus was die Oberfläche eines Zylinders besteht. Nämlich die Oberfläche besteht aus sozusagen zwei Bestandteilen. Der erste Bestandteil ist die Mantelfläche, also das Rechteck. Und das zweite Bestandteil ist die Grundfläche, die ich allerdings, weil ich sie ja sowohl für die Deckfläche als auch für die Grundfläche oder Bodenfläche habe, habe ich sie zweimal. So, dass ich insgesamt schreiben kann, der Inhalt der Oberfläche des Zylinders ist jetzt zweimal die Grundfläche, das wäre die Kreisfläche und die Mantelfläche, die dazu kommt. Das ist jetzt die Rechtecksfläche. Und jetzt ist es die Frage, wie kann ich jetzt die beiden Flächen berechnen? Naja gut, die Kreisfläche, da kennen wir eine Formel, die ist R mal R mal Pi. Und bei dem Rechteck weiß ich ja, die Länge ist der Kreisumfang. Auch dafür habe ich eine Formel. Der Kreisumfang ist zweimal R mal Pi. Und die Höhe, die Breite dieses Rechtecks ist die Höhe von dem Zylinder, deswegen mal H. So, dass ich jetzt beide Flächen berechnet habe, R mal R mal Pi und zweimal R mal Pi mal H. So, und wenn ich jetzt die Oberfläche habe, dann bilde ich die Summe aus diesen beiden. Und jetzt kann ich noch einen kleinen algebraischen Trick machen. Den kennt ihr, ich kann nämlich das Distributivgesetz anwenden. Ich habe nämlich in beiden Summanden R mal H stehen. Und ich kann damit dieses R mal H vor die Klammer schreiben. Und alles, was jetzt nicht umrandet ist, also was nicht R mal H ist, steht dann in der Klammer. Und damit hätte ich jetzt die Komplettoberflächenformel für den Zylinder. Und damit kann ich insgesamt feststellen, die Oberfläche des Zylinders ist jetzt die Summe aus Mantelfläche und der zweimaligen Grundfläche, also der doppelten Grundfläche. Und wenn ich das dann mit dem Radius und der Höhe des Zylinders beschreiben will, dann kriege ich diese unten stehende Formel. Ja, und das wäre jetzt schon, wie wir einen Zylinder ausrechnen können. Und beim nächsten Mal machen wir dann Anwendungsaufgaben zu dieser jetzt gelernten Formel. Ja, ich wünsche noch einen schönen Tag heute. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir hier dabei wart. Und ich wünsche euch insgesamt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bis wir uns wiedersehen. Eine gute Zeit, Gesundheit. Und ich freue mich beim Wiedersehen im nächsten Video.